Ich hab eine Vogel gesetzt Häh? Ich hab einen Troutan gefunden Ja, die Hähne sind da auf Rennt jetzt schnell Boah alter, komm ich gar nicht hinterher Oh Nein, wir stehen vor Los greift das Riesenfieler an Tötes, tötes Boah, jetzt ist er wieder so buggy Töte es! Lass es sterben! Lass es sterben! Da fuckelt gerade ein Vieh. Ich bin wieder gleich Tag, Alter, gleich der zweite Tag um. Beziehungsweise der zweite Tag nachtlich da. Boah, erledige das Vieh doch mal endlich damit. Was tötest du denn? Aber was hast du gefunden? So einen komischen Püffel, was das ist. Lass mich in Ruhe. Brenn. Ich setze den an dauernden Brand. Der brennt durch die Gegend. Autsch. Haben wir gerade angegriffen. Alter Schwede, ich verreck gleich nur weil ich... Weil ich einfach kein Gras finde. Das ist doch zum Kotzen. Gulugugugugug. Alter, das Vieh ist verbrannt und jetzt habe ich Fleisch bekommen. Gebratenes Fleisch. Boah, komm ich spring einfach ins Wurmloch rein. Oh, das ist schön. Aber ich glaube ich muss gleich einfach wieder nach Hause. Ich finde einfach kein Gras. Ne, findest du nicht? Nein. Komm, ich fucke mal die Spinne ab. Hier Nest. Ich geh gleich schon wieder drauf. Nur weil ich kein Gras finde. Lass mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Ja. Ich habe echt ihr Nest angebrannt. Brenn. Aua. Ich hauen irgendwelche Tentakeln. Ja, da musst du auch auffassen. Oh Mann, ich geh gleich schon wieder drauf. Ich glaube da ist grad nicht mehr verbrannt. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass hier irgendwo Gras ist. Ohne Witz, wie soll ich denn jetzt Feuer machen? Es wird dunkel. Wie soll ich denn jetzt Feuer machen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr nicht? Ich verrecke einfach nur, weil es kein Gras gibt. Das ist doch ne... Los zurück. Das ist doch ne super Frechheit hier. Verweck mal den Kot. Ach Centus, das ist doch gemein. Die Cheapen doch hier alle. Recht gehabt. Weiß schlank gelaufen, natürlich. Mach mir mal Licht. Hälber angefackelt. Ach, ja. Das ist schlimm, dass er so schnell dunkel wird. Mhm. Mein dritter Tag ist schon was von. Ich sterbe gleich schon wieder. Hab ich schon wieder den ersten Tag. Yay. Ja, das ist schön. Das ist nicht schön. Nur weil hier einfach verfickt kein Gras ist. Da lager Feuer. Ach, ja. Mach mal wieder Feuer. Damit... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft. Ist das schon nur das Feuer anzulassen? Ernsthaft, ihr wollt mich doch hier voll verarschen. Kann ich... Echt nicht anmachen? Mann. Muss ich nur so ein kleines Lagerfeuer machen. Nein... Ich sterbe gleich schon wieder. Oh... Das ist doch Betrugspiel. Nee. Okay. Ich habe keine Lust... Nein, ich sterbe schon wieder. Wie krieg ich denn die anderen Sachen freigeschaltet? Vielleicht hier wird man Schiene bauen. Oh... Nicht. Aua. Ähm... Aua. Und tot. Tot! So wieder? Ja, weil ich kein Gras gefunden habe. Tot. Ist doch nicht ernsthaft. Hä? Was ist denn jetzt? Nee! Wieso? Ich bin nicht tot. Nein. Ich bin in irgendein so komischen Ding hier aufgekommen, wo ich diesen... Kopfding... Ich bin gestorben, aber ich wurde dahinten teleportiert wieder. Okay. Vielleicht ist das irgendwie neu, so ein Speicher-Ding. Ja, das... Der Tag ist noch da. Die Sicherheit. Ja, ja, das... Der Tag ist noch da. Ist das jetzt ein Tod? Nee. Ist das jetzt kein Tod? Weil ich bin jetzt Tag 3. Doch, wenn du gestorben bist, bist du tot. Der hat nur geschlafen da. Ja, ja. Wenn du tot bist, bist du tot. Druck hier. Luk und Druck. Nix da, wenn du... Nix da, dass er nur geschlafen hat. Ich muss da noch ein Ding finden. Unbedingt. Für die Saving-Einheit. Hm? Oder Speichereinheit ist das. Ja, das ist ein Exo. Kenn ich aber noch gar nicht. Äh, nicht mal an. Ja, der ist safe gerade. Okay. Das ist neu. Das kenn ich echt noch nicht. Ach ja. Ah, das wollte ich grad sammeln. Na ja. Alter, mach doch einfach mal was du... Spack der bei dir auch auf und zu mal so rum, wenn du beim Baum hacken bist? Nein. Bei mir spackt der immer rum. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Der ganze Wald rennt. Und den ganzen Wald in... Flammen gesetzt. Mit der Fackel oder was? Ne, mit dem Stab. Boah, ich ne Spinnnest aus... Ernsthaft? Ich will grad nen Baum abholzen, ne? Wächst der einfach. Ja. Ja, die kleinen würde ich wachsen lassen erstmal. Oh, jetzt spack der schon wieder immer nur bei den großen. Weil die sind ja nicht voll ausgewachsen. Du musst gedrückt halten, ne? Ah. Ja. Sonst ist mir das nicht. Warum sagst du mir das nicht? Also nicht. Mopst mich doch. Ja, immer doch. Weißt du doch. So. Komm schon, mach den Baum kalt. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, du scheche Spinne. Ich kann nicht wechseln. Jetzt. Brenn zu Tode. Brenn zu Tode. Findet ihr einfach so ein komisches Ding, Alter, und... Ah, ist unglaublich. Ist ne Frechheit. Oh, die Spinne ist gestorben. Ist absolute Frechheit von dir. Dann glaubst du kein Fleisch, schade. Alter, du kannst Holzkohle machen, ne? Okay. Wenn die nehmen die Holze und die... Bäume abfacke ist. Kannst du eine Holzkohle draus machen, dann. Wie soll ich die denn abfackeln? Du bist so ein Held im Erdbeerfeld, ne? Mit der Fackel. Rechtsklick. So. Ja, so. Ja, aber meinst du, die Holzkohle bringt was? Also nicht. Muss man ins Lagerfeuer reinschmeißen. Ne, ich weiß auch nicht, ob das was bringt. Hier war doch noch irgendwo Holz. Da. Samen mitnehmen. Oh, das bringt hier grad alles. Komm mal da oben was da drin gibst. Oh, hier ist eigentlich ein bisschen mehr. Dann. Pick one direct. Was bist du denn für hässliches? Ja, hast du dich im Spiegel angeguckt? Dann hab ich ein Schmetterling eingesammelt. Weiß ich nicht. Witte ich nicht. Hm. Ach, das Ding kann ich essen. Okay. Die Kack-Karotte. Aber das Problem ist, ich brauch unbedingt Stein. Was sagst du so einfach? Stein und Gold. Du was? Für Zeitmaschine? Ja. Damit kannst du nicht die nächsten Sachen herstellen. Dann. Aha, toll. Hätte ich das nicht eher wissen können. Hab ich doch schon ganze Zeit jetzt gesagt gehabt. Aber egal. Ja, jetzt. Sau, sag du. Was findest du? Sau, sag du. Was findest du, du Stricher? Pick Flowers. Äh, sind hier denn irgendwo Steine? Willst du nicht verarschen? Ja. Ja. Ja, merk ich schon. Ach ja. Schnell so die scheiß Gras hier einsammeln. Mach doch. Ach ja, wieder einsammeln. Hab nichts mehr davon. Ah, warst du meine? Okay, die Welt ist noch da. Ja. Man kann die ja auch komplett abbauen. Aber so, wenn du die so abernstest, dann wachsen die nach, soweit ich weiß. Was denn? Ja, Gras und so. Und die Schaufel kannst du ja auch rausnehmen komplett und dann kannst du die woanders hinsetzen. Okay. Geht bestimmt auch beim, beim Busch oder so. Mein Frosch. Hm. Wie sind denn so Steine? Meine Güte, ey. Ah. Ich weiß nicht, ob ich den Pilz essen soll. Guck mal her, Bien. Ich habe Angst, wenn ich den Pilz esse, egal. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Da ist mit Gold drin, ne? Hm. Wie magst du das denn so aus? So ein Stein-Ding, ne? So ein großer. Das ist Gold. Juhu. Ich habe Gold. Ich kann mir die Zaltmaschine machen. Ach du saffzack, du. Aber jetzt erstmal wieder nach Hause. Ah, hier. Mal mehr Gras. Warum kann ich mir keine Fackel machen? Ach, mir fehlt. Holzzweig. Boah, ich muss noch einen Finden unterwegs. Ach, mir fehlt. Holzzweig. Boah, ich muss noch einen Finden unterwegs. Gehst du eigentlich mit Fackel weiter, oder bleibst du an einem bestimmten Punkt? Ich gehe damit weiter. Ich renne damit zurück. Was ist die dafür, um zurückzukommen? Ich denke, nur noch. Ich sammle mal unterwegs noch mehr zwei, dass ich mir noch eine bauen kann, wenn die... Ernsthaft? Ja. Ja, ernsthaft. Ich habe gerade die Fackel gebaut. Ja? Dann war ich tot. Wieso? Ja, weil es dunkel wurde. Dann musst du auch rechtzeitig bauen, ne? Jetzt bevor das dunkel wird. Nein, ich baue immer alles kurz vor der Dunkelheit. Kennst mich doch. Ach ja. Ja, ich kenn dich. Nummer zwei. Ich krieg's kotzen. Jetzt habe ich die auch noch weggeschmissen. Ja. Und ich hatte so viel Gras dabei. Kann weg. Oh, Fackel. Bärenbüsche hier. Ich bin ja gleich zurück. Das ist das Gute. Das Problem ist, ich habe da gar kein Feuer stehen. Boah, jetzt kommt wieder der Typ, der mich zuhlt. Laber mich nicht zu. Laber mich nicht zu. Laber mich nicht zu. Kann ich das denn nicht mit Kohle entfachen? Ach, halt mal. Ja. Cool. Mit Kohle kannst du dein großes Lagerfeuer wieder entfachen. Ah. Das hilft mir jetzt auch sehr viel, weil ich sowieso wieder tot war. Ich meine ja nur. Dann bauen wir mal die Zeitmaschine, ne? Du bist kacke. Du auch. Ich weiß. Du auch. Das war erstmal das Feuer. So. So. So, jetzt habe ich auch noch mehr Sachen dazu bekommen. Das ist praktisch. Du bist einfach kacke. Jetzt kann ich mir auch eine neue Spitzhacke bauen. Ne, Luxor. Ach, ein Luxusax kann ich mir bauen. Ne, ne, klar. Luxus geht noch nicht. Naja, ich glaube ich muss auch erstmal erforschen Sachen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Naja, wir müssen noch warten bis Zeit wird. Deswegen gucke ich erstmal. Weil das erste, was ich dann gleich mache, ist auf jeden Fall ganz schnell wieder dahin drin. Wo du das ganze Stein gibst. So wieder abbauen, ne? Ja. Na. 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 Na ja, das stimmt ja. Um die nächsten Sachen freizuschalten. Zum Beispiel die Schaufel hier. Vorher nochmal Ass und Prototyp da Prototype zu machen. Und dann kann ich hier auch herstellen. Ja, ich hab'n Bart. Ja, ich hab'n Bart. Mein Bart wächst. Irgendwie konntest du dich auch rasieren. Stimmt. Ja, das ist wirklich so. Ich weiß noch nicht mal wie das ging. Oh, ich hab'n Schacht gefunden. Da kann man reingehen. Da will ich aber nicht reingehen. Ich hab'n Angst. Mach doch. Viel Spaß. Nein. Ich überlebe nur nicht mal drei Tage. Kacke. Ja, das glaube ich dir. Ich bin bei Tag 5 schon. Stimmt. Was ist das? Greenbluts Mushroom? Okay. Ich sag' jetzt nix Centrus, ne? Du bist Kacke. Du auch. Du bist Oberkacke. Mhm. Ja, ja. Oh, noch ein bisschen was mitnehmen. Das da. Da sind immer noch die Schaspinen. Au, ab du Schaspinen. Verpiss dich. Was brauchen wir denn dafür? Ein Gold? Wir haben noch ein bisschen Stein erstmal. Zack, zack, zack. Warte mal. Ach, schaufeln. Das muss ich ja erstmal bei der Zeitmaschine wieder sein. Um das Ding ganz zu erforschen. Ich schaufel. Zack, zack. Und jetzt zieht sie ja. Ich schaufel das mal alles anziehen. Komm, den Stein kaputt hier. Was ist denn das eben? Hm. Ah, Gott, noch mit Gold drin. Wieder. Habe ich auch gefunden. Gold nugget. Ja, wie gesagt, brauchst du für die Zeitmaschine. Ja, das habe ich jetzt auch schon, aber... Ist wieder so ein hoffnungsloses Land hier in meiner Nähe. Da ist ein Ei? Da musst du halt woanders hinwandern und da dann in dein Lagerfeier machen. Ja, ich laufe schon. Ich habe jetzt gerade den Stein mitgenommen. Ich will eigentlich bei dem Loch hier bleiben. Das ist eigentlich ganz chilly. Was ist das? Ach so ein hässiger Vogel. Au, hau ab, hau ab, hau ab, verpiss dich. Hey, lass mich in Ruhe. Nur wo ich seit all zu nahe gekommen bin. Hahaha. Drecksvieh. Komm noch mal. Bezacke bauen. Müsst du was einsacken? Und ich glaube, na, dass die Sonne untergeht so langsam. Habe ich je gehabt. Ich könnte hier auch aufbauen mein Lager. Aber, hey. Trau diesen riesen Vogel irgendwie nicht. Hahaha. Na komm, dort hack dich einfach so mittendrin kaputt. Ja. Hab schon Angst. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Ich will mein Gold haben, hau ab. Mein Kalt. Verpiss dich habe ich gesagt. Das ist nicht viel. Ja, das ist aber nicht nur einer, aber egal. Hab da gerade noch einen gesehen. Am besten läufst du gleich in so eine Falle rein von denen. Ja, jetzt geht das Vieh wieder auf mich los. Hey, geh dahin. Lass mich in Ruhe. Müsst Vieh. So. Zack, 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 zack. Halt mich nicht nur für das Anderes. Ich muss mir unbedingt... Der droht dann, Alter. Der ist so geil. Er haut aber ganz schön ab. Weg ist er. Ja, aber egal, das war Chili. So, wo baue ich denn jetzt mein Lagerfeuer auf? In Ruhe. Wollt grad das Ei klauen. Einig geschafft. Hat leider nicht geklappt. Ich baue das einfach hier auf. Das ist grad keiner von den... Doch, jetzt kommt er wieder. Scheiße. Komm schon. Werd kurz vor Nacht und dann setze ich das Feuer rein. Komm schon. Ich will das Ei haben. Gib her. Na komm. Und jetzt muss ich weg. Jetzt ganz schnell weg. Jetzt muss ich weg. Ich hab das Ei geklaut. Du bist so ein Sack. Es ist ja dunkel. Die kommen ja immer noch hinterher. Wo hast du die Zeitmaschinen angegengesetzt? Bei meinem Lager. Du hast hier einen Punkt ausgesucht, wo du einfach alles hinlässt. Das Drecks, die kommen ja immer noch hinterher. Und das mit Holzkohle kann nicht das Feuer wieder anmachen. Mhm. Okay. Warte mal, hier machen wir gleich mal. Boah, wieso verrückt mich das hier denn immer noch? So. Ich hab das Ei jetzt gegessen. Ich glaub das war mein Todesurteil. Oh, ich brenne. Ich glaub das war mein Todesurteil.